Und Yacht. Alter, wir haben Gegner mit über 1000 Ping. 300, 180 oder was, ey. Hält aber auch nix zu ein, ey. Der Ardani hat ein 500er Ping, ja stimmt, die anderen sind ganz okay, außer der bei uns mit 60, aber ich glaube einen Explosionskill brauche ich noch, ich glaube ich habe noch zwei. We need to locate a bomb. Oben sitzt sie nicht. Oh, ich glaube unten. Engine. Engine und Küche. Wir haben Azami-Chan, das ist alles damit zu tun, ey. Wir haben sie nicht verstärkt, die Luke. Dann ist ja direkt alles klar. Direkt zwei gegenseitig hier, also einer einen anderen gekillt. Ich bin ein paar Schäden. Ich bin ein paar Schäden. Da Assami tot ist, ist nix mit Ja, die Treppe muss man bewachen, das war halt scheiße Alter, die Titel gemacht, Gott sei Dank Ja, die Treppe muss man bewachen, das ist nix mit Geht so nix Ach so was Go 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 Geht so nix mit 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 Ah, da ist ein Loch in der Wand. Habe ich mich hier erschossen. Ich habe die Einschüsse noch bei ihr gehört. Aber nur Körpertreffer. Kommt der einen auf dem Gang, oder? Hier im Gang sehe ich keinen. Jetzt wirst du, was ich hier sehen kann. Oh, das ist ein Cheater. Gut. Hier unten ist irgendwo einer drin, auf jeden Fall. Oh, ich durchziehe. Oh, ich durchziehe. Durchziehe. Boah, in der letzten Sekunden, vor allem der war so im Nachladen und der hat auf das F nicht reagiert. Das habe ich gedacht, scheiße, scheiße, ich kann nicht planen, bis der nachgeladen hat oder so. Aber da hat er es doch noch gemacht. Die Zeit stand auf 0 Sekunden schon, das war echt arschknapp. Ja, ich muss da hier ein bisschen Unterhaltung und Spannung bieten, ne? Ja. Ja, ist ja gut. Ja, Aroni hat ein Loch in die Wand gehauen, ich schieße das Loch und ich habe auch dann in der Killkern die Einschüsse, aber das war wohl nicht genug. Einfach. Ja. Das war jetzt allerletzte Sekunde. Ich glaube, da haben zwei von den Gegner oder so, die letzten haben schon ein Jahr gewonnen, Letzte Sekunde 0, alles klar. Huh. Das war jetzt unnötig spannend. Aber so langsam klappt das eine oder andere auch mal wieder, ja, das ist ja schon mal schön. Okay, Engines sind so nichts, das ist wahrscheinlich jetzt im Cockpit, ne? Ja, ja, ich habe die gerade oben gehört. Bin runtergefahren, da hat auch die Pipsen gesprungen. Ja, oben. Kommt man da überhaupt durch mit der Drohne gerade oder? Ne, da steht einer an der Treppe. Erstmal im Östen spawnen. Und auf jeden Fall würde ich mich dahin hängen lassen. Geil. Der hat verstanden, wie es geht. Reloading! All good. Dann bin ich wieder zwei von uns tot. Das sind so Fragen. Also ganz hier vorne ist keiner. Ah, doch an der Bombe direkt. Guckt einer. Das ist einer. Den an der Bombe habe ich, aber hier hinter der Wand ist einer. Ja. Kann ich nochmal blenden, dann kannst du reinkommen. Äh, hast du noch eine Drohne? Ne. Kannst du jetzt das Gitter wegnehmen? Ja. Noch mal los. Ich habe gewusst, ich wusste gar nicht wo der ist. Ich habe einfach nur wild durch die Wand geballert, dass der nicht da weg kann. Ja. Hat ja gereicht. Du spielst so teamorientiert, du hast nur einen Kill, deswegen bist du auf dem vorletzten Platz. Du musst wieder mehr egoistisch auf Kills gehen. Okay. Warte. Sie sind eigentlich auch um den Ball zu machen. Ich weiß ja nicht. Wir wollen, dass wir durchgebracht werden. Das bringt nicht viel. Ne, das können wir nicht, weil es nicht unsere Entscheidung ist. Ähm. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wichtig mit Wänden hochziehen, ist hier oben nicht, ne? 10 Sekunden zur Insetzung Wohlreinforced 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 Staunda Wohlreinforced Wohlreinforced Was ist das? Was ist das? Was ist das? Trennere! Ist der da hinten draußen, oder? Ja, ist doch hier draußen, glaube ich, hier unten. Ja, sehr gut, ich habe einen weggenommen, aber nur auf die entspannte Art und Weise. Das ist schön, wenn man es entspannt machen kann. So, wo haben wir denn jetzt Bock drauf? Motor, ich weiß nicht, Schienenraum finde ich geiler. Und schon mal dabei, die Waffe von der ist einfach Liebe, weil die so schöne hohe Feuerrate hat. Ja, ist wie mit Goyo, ne? Ja. Was ist das? Ja, hier geht es ja runter. Ach, hier geht man auch schon. Echt? Hm. Kannst du mal sehen, wie ich jetzt hier gespielt habe, wenn du gesagt hast, was soll das tun? Ja, ist doch gut so. Alter, wer macht denn da die Wand zwischen den Räumen zu? Ja. 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 Es hat bei dir was genommen. Nee. Also hier kam einer, der Nachweck geholt, jetzt ist ruhig. Das war ich. Okay. Ich habe ihn gefunden. Waren ja noch genug. Ja, manchmal hat die anderen die Arbeit machen lassen. Ich habe aber auch Glück, die sind jetzt beide vor der Flinte hin und her gerannt und er hat keinen erwischt. Das ist wie ich, wenn zwei Leute laufen, schieße ich zwischen die beiden. Ja, und keiner stirbt. Genau, weil im Mittel habe ich sie ja dann beide getroffen. Ja, genau so läuft das. Kann man die loben? Einen von denen? Ich weiß nicht. Nicht so drauf geachtet. Ich kann mich gar nicht selber loben, ist enttäuschend. Ich gehe mal dem Rallatron, der hat dir wenigstens Schlimmes getan. Jetzt habe ich gerade weitergeklickt, jetzt kann ich nicht mehr zurück, ne? Ist ja traurig. Hm. Er geht nicht mehr raus. Irre. Verrückt. Untertitelung des ZDF, 2020